Die Aufnahme läuft. Ich hoffe, der Ton läuft. Und wir werden es jetzt einfach mal probieren. Ja, ich habe mich einen männlichen Gigantopithecus gefunden. Ich werde das gleich nochmal überprüfen. Wo ist er da? Männlich. Level 19. Ja, ich muss jetzt nur hoffen, dass der Kind Unsinn macht. Weil er läuft nämlich jetzt gerade in eine Gegend, die mir nicht so gefällt. So, wo ist er hin? Da ist er. Da läuft er. Guck nochmal. Ich muss nochmal gucken. 41 Prozent. Also brauchen wir dann mindestens drei Kippe. Ja, ich weiß, eigentlich würde ich was anderes machen. Aber. Ihr wisst, wie es ist. Da muss man irgendwann mal gucken. Gucken und gucken, ob sich eine Chance bietet. Und sobald sich die Chance bietet, da muss man die natürlich auch nutzen. So. Jetzt für mich natürlich wäre das echter Jackpot. Ich könnte dann nämlich dann, müsste nicht meine, meine anderen Sachen opfern, sondern könnte das anders machen. Jetzt muss ich mal so etwas ledigen. Das ist nämlich das Problem, wenn man zu Hause sitzt und so eine Aufnahme macht. Da sind nämlich schon noch fünf andere Sachen, die man nebenher erledigen muss. Ich nehme das in die Hand. Und dann guck. Uah. Ihr habt gesehen, was da war. So, jetzt ist halt die Frage. Ihr seht, was da jetzt passiert gerade. Okay, er hat den Bionics getötet. Und kommt wieder raus aus dem Wasser. Ach ja. Ich hoffe, er kommt raus aus dem Wasser. Na ja. Wie gewonnen, so zerronnen, sag ich mal. So. Geht das ganze Spiel von vorne los. Jetzt muss es aber wirklich mit zwei Kibbeln funktionieren. Können da auch gleich mal hier den mal weiter leveln. Er hat nämlich hier ein Level bekommen. Der olle Stinker. Bin ich ja froh, dass ich noch nicht das andere reingehauen hatte. Ich hoffe natürlich, dass der keine Dummheiten dort macht. Weil ich brauch den, ich brauch den, ich brauch den. So. Ich bin da jetzt weg. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Komm mal hierher, komm mal her, komm mal her. Okay. Es ist noch so, 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 so. Aber da wird der Terrible wird kommt. So. Wo geht es zu ihm? Okay, wir. Ja, Gott sei Dank. So. Okay, der Terrorbrot ist da. Oh, nein. Nee, ich krieg die Krise. Ihr wisst, was das jetzt bedeutet? Ja. Ist wieder zurückgesetzt. Meine Fressi hier, das... Ach, das kotzt mich schon wieder an jetzt. So, jetzt probieren wir es aber. So. So. Dann müssen wir auf Plan B gehen. Wir probieren es anders. Ich hoffe natürlich jetzt, dass nie irgendwas mehr in die Quere kommt hier. So. So. Wie hört das? So, und jetzt, jetzt machen wir nämlich Plan B, wir haben nämlich jetzt bestimmt hier sinnvolle Bären, naja, nicht wirklich sinnvoll. Wir müssen es einfach riskieren. Wenn ich schon sehe, was hier wieder an Tierenrumpf kreucht und fleucht. So. So. Ach ja. Jetzt habe ich aber ein Problem. Nein! Ist das jetzt echt? Ne, das ist Level 10er gewesen, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir aber hier mal gucken. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Leute, ich glaube, das ist heute nie mein Tag. Ich glaube, der ist echt weg. Nein. Da ist ein Bär. Das kann sich nicht sein. Nein. So. Hier haben wir uns zuletzt gesehen. Und dann ist er in die Richtung. So. So. Ja. Ihr seht, wie es wieder mal ist, ich habe wieder nur Eier verbraucht und nichts gewonnen, alles zerwonnen. Und jetzt, wo ich ein paar Mitchell-Bellen zusammen habe, ist er echt weg. Was hier manchmal noch fehlen würde, war wahrscheinlich sowas in die 10-Anzeige. Normal hast du ja eigentlich immer diese Anzeige, wie es so hoch geht. Aber ich habe mich ablenken lassen. Ja Leute, dann heißt es an der Stelle, ist zig. Ich versuche jetzt doch nochmal zurückzufliegen. Ja gut, das läuft ja noch. Also ich werde jetzt auf alle Fälle noch hier geschwind das Artefakt abgeben. Und wenn ich den Weg hier raus finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Roten Ark. Es geht weiter, ich bin am Roten Ark. Und ja, wir machen es jetzt kurz und bündig. Wir wollen ja hier, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, da ist es. Tribut des Schlauen. Und wir starten es. Und Ziel ist natürlich wieder mal die Plattform, meine Obelisken. Und da sind wir schon. Und was war jetzt? Greif auf dem Obelisken zu und biete dem Obelisken das Artefakt an. Das Ziel ist... Am Fuß ist ein Obelisken. Genau. Uh. Äh. Ja, bin ich heute... Ich glaube, das will heute... Nee. Irgendwas mache ich gerade falsch. Gehe zu einem Obelisken. Das Ziel ist die Tributplattform. Genau. Da bin ich doch. Ach mein Gott. Ja, und jetzt? Komm... Oh Gott. Sag mir doch, also ich... Ist heute nicht mein Tag. Tritt gut. und was haben wir schönes bekommen baupläne und enderhaken na das ist doch was ja tribut ist heute irgendwie nicht so naja nicht so mein ding naja in diesem sinne würde ich mal sagen war es das für heute ja gern hätte ich ja mehr gehabt wie zum beispiel den gigantopithecus noch gezähmt aber naja es sollte nicht sein also wäre ich die tage wieder eier suchen müssen und das ganze noch mal voranzutreiben weil naja ob das so viel sinn macht den hier nur zu reaktivieren ist die große frage ich möchte es nie wirklich weil kostet ja 32 band stellen ob die ob ich die nicht für was anderes braucht es halt die große frage von dem her wäre mir züchten lieber zumal ich ja eigentlich zwei gute andere hat also ich werde gucken wie ich es mache und in dem sinne sage ich mal bis zum nächsten mal ciao